Zeit, meine Taschen zu füllen. Waffenkiste in der Nähe. Waffenkiste in der Nähe. Extraktionspunkt in der Nähe. Die sind in der Nähe. Was ist das? Es ist jemand in der Nähe. Nächstes Mal solltest du besser keine so schönen Dinge bei dir haben. Was ist das? Ich habe einen Notvorrat in der Nähe zurückgelassen. Er gehört dir, wenn du ihn aufspüren kannst. Dein Traverser kann dir den Weg weisen. Es ist jemand in der Nähe. Beschüsse die Weite! Dem Sieger gehört die Weite! Das ist jemand in der Nähe. 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 Ja! Das war's für heute. 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 Das ist jemand in der Nähe. Das war's für heute. 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 Es ist jemand in der Nähe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Zeit wird knapp, aber wenn du die Schatzkammer öffnest, erhältst du mehr Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist jemand in der Nähe Das wird spitze! Ich sollte mich im Laden einlegen! Das wirst du kommen sehen müssen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast fünf Minuten Zeit, um einen Extraktionspunkt zu nutzen! Sonst ist deine Beute perdu! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017